Die kannst du schon mal nehmen. Oh. Was tust du? Hab ich mir grad selber einen Fuß gehauen? Ich guck nach unten, das spritzt Blut einfach. Der macht mich nur mal einmal alle echt. Okay, wir haben gesagt Noob Run. Das ist jetzt mal so die brachiale Version. Da kann man bestehen, kann es aber auch nicht. Ich habe keine Munition mitgenommen. Fuck. So viel zu bestehen. Oh Gott. Scheiße. Na geil. Bist du hoch gerannt den zweiten oder was? Gah. Okay, ich habe ihm die Waffe abgenommen. Da sind acht Mobil drin. Wollt ihr denn hin? Fuck, Alter. Auf die Entfernung, ne? Schießen. Zwei Stück. Okay, von oben macht es keinen Sinn. Und die entfern. Und die entfern. Die entfern. Ja. Ja. Ist down. Okay, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Schuss. Das. 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 Gut. Das zum Thema bei. Ne. Halt. Ich glaube das ist der Sniper. Also der. Ja. Das kam direkt links neben mir oder? Ja. Aber ich glaube das war nur der Einschuss oder nicht? Ja. Ich glaube das war der Sniper. Hier geht das Geländer runter. Aua. Links. Ach ja. Ist der erste Geländer runter. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ist down. Mein. Kopf. 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 Ich hab Kopf. Warte. Warte. Ich muss Saliva nehmen. Schutz mich mal kurz. Schutz mich. Schutz mich kurz. So. Bleib bitte einfach mal in meiner Nähe damit ich nicht dich aus Versehen erschieße. Genau hinter dir. Okay. Erschieß glaube ich sogar auf uns. Wir gehen direkt an die Domes ran. Und rein. Machen das von da. Da sind wir mehr safe als draußen. Ich seh. Von draußen nach drinnen dürften wir auch mehr sehen. Hast du geschossen? Nein. Das wird nicht gut. Hast du Hits bekommen? Ja. Volles Metal. Cool. Hast du doch gesagt. Gut. Das hält sich nicht. Ist down. Einer ist down. Der Pumpen-Bot den hab ich noch nicht. Ich weiß auch nicht wo er ist. Da. Links. Da taunt hat einer. Da. Glaub ich. Lädt dir nach? Hier taunt tatsächlich einer. Komm her. Komm wieder her. Komm mit Deckung. Verbind dich da erstmal. Du wirst getroffen wie Sau. Ja. Du hast grad voll eins ins Face gekriegt. Ähm. Ich glaube wir sind jetzt grad ein bisschen. Beschissen dran. Wenn hier drinnen jetzt jemand ist. Was? Ich bin angeschossen. Alter. Fick dich doch ins Knie. Was ist das ja? Im Haus taunt dort einer. Ich weiß. Der Bot kommt gleich. Ich muss mich verbinden. Der scheint so selbstsicher zu sein. Ich glaube. Wir haben ein kleines Problem. Ich krieg ja nicht mein Bot tot. Scheiße. Was machen wir? Rein? Rein. Gibt's auch die Option zum Ausgang zu gehen? Tust du mir gefallen? Kommst du bitte durch den Haupteingang. Geh durch den Haupteingang die Treppen hoch. Sag wo du die Treppen hoch gehst. Step dabei ruhig. In welchem Stock ist er? Obersten. Ich finde nicht mal die Kack Treppen. Ich hänge schon am Ende der Treppe. Na ich geh jetzt hoch. Okay. Und sobald du oben bist. Bin oben. Hi Jack. Und sobald du oben bist. Mach dein Taunt. Kriegst. Granate? Ich weiß nicht. Das war glaube ich ein Pumpenbeschluss. Hast du Metall Steps gemacht? Ja ich mach die auch gerade. Ich scheiße jetzt drauf. Ich renne jetzt hier schnell rum. Ich renne hier gerade quer durch den Flur. Ich bin tot. Der steht hier genau an der Treppe. Wo genau an der Treppe? Ja genau an der Treppe vorne. Wo es runter geht. An der Treppe wo es runter geht? Ich sehe da eine Leiche. Ach noch einen runter oder was? Im Mittelgang nicht im obersten Stockwerk. Doch im obersten am Gelände. Alter. Hier ist keiner. Da war er gerade und hat mich erscheuß. Hä? Hä? An der Treppe fehlort ist niemand. Ja dann ist er halt weggerannt. Dann ruhig. Er weiß ja das wird so zu. Der ist ein unter mir oder was? Jetzt wahrscheinlich. Da bin ich. Ich habe nicht gesehen. Ich glaube hier ne? Rennst du da? Nein. Ich bin hinter dir. Okay. Dann rennt vor mir einer. Da steht er. Ja. Warte. Warte. Er kriegt vor mir was. Hehehe. Asshole. Opa na. Opa na. Ich falle ja eigentlich nur wegen der... Oh. Pumpenbad. Aua. Wie gut trifft der denn? Wo ist er? Weiß nicht. Da. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Null Chance. Alter Schwede. Alter Schwede. Dahinten ist noch einer. Es sind zwei. Ich habe kaum Vision mit dem Visier. Kann ich nicht... Ich muss näher ran. Verbindst du dich oder was? Ja. Okay ich bleib hinter den... Wir müssen gleich. Ähm. Hinter den Stein. Okay. Renn. Warte doch mal gleich. Ich muss noch nachladen hier. Wo ist er? Wo hast du zuletzt gesehen? Hinter dem kleinen Zäunchen. Der andere ist nach links oben gelaufen. Der hinter dem kleinen Zäunchen könnte tot sein. Ich seh ihn nämlich nicht mehr. Gut. Ja. Der andere kommt wieder her. Ja. Ich seh ihn. He's down. Halt. Noch ein Schuss. Warst du das? Nein. Das war ein Silenced oder? Ja. Auch von vorne. Da. Ab ihn. Hier geht was ab. Hier ist noch ne Pumpe. Ich muss mich verbinden. An dem kleinen Häuschen oder wo. Ja. Warte. Ich bin da. Der ist hinter mir. Trifft er mich jetzt gerade durch das Häuschen? So warte ich geh rechts rum. Ja. Typ. Holy shit. Mich verarschen. Einen hab ich. Ich werf nen Nade. Ne ja ich hab keinen. Ja werf nen Nade. Nade raus. Loll. Wie weit hast du denn geschmissen? Keine Ahnung. Wo ist das Ding denn explodieren? Ich hab nur noch 3 Mumpeln. Hast du Pumpen Mundi? Ja. Gib mal her. Liegt am Boden. Oder. Da. Hier. Na 3 mal. Was ist los? Einer down. Wo ist der Nächste? Immer noch. Da ich seh ihn. Down. Lass mich. Down. Nein. Will der mich? Das ist. Der hat nen Defender der Arsch. Der hat nen fucking Defender. Hab ich doch gesagt. Ich muss auf die Beine schießen. Aber da war ein dreckiger fucking Zaun. Dreckiger kann man durchschießen. Sondern nicht. Ja es hat gerade. Wo ist der jetzt? Der hat nen Defender. Hab ich doch gesagt. Hast du ihn down? Ja. Hab ich. Ja muss ich schon sagen. Nicht dass wir uns jetzt treffen. Ich bin auf einer langen Straße. Ich weiß aber nicht genau wo. Irgendwo. Ok hier rennt einer bei mir. Ja. Ist down. Spieler down. Du warst bei der großen Halle richtig? Ich? Nein. Also doch. Ja auch in Verbindung. Aber hinten an dem. An dem grünen. Ähm. Anhänger mit den Rohren drauf. Der ist born. Ich bin jetzt bei nem LKW vorne beim Haupttor. Ist der das Haupttor? Oben im Fenster ist einer in der Lagerhalle. Guck. Oben links. Links? Da oben am. Am link. Ganz linken Fenster von den drei war gerade einer drin. Der hat rausgegafft. Der ist immer noch da oben. Ich lad nach. Wir sind an der roten Lagerhalle. Red Hydra. Fehler. Fehler wo bist du? Ich stehe hinten auf dem Podest und schaue dass er nicht oben kommt. Ich bin hinter dir. Ok. Der kann ja nur bei dir vorne raus oder rechts? Der ist oben gebreached. Rechts. Ich werfe gleich ne Nade. Warte mal. Ich kann ja die halt bis hier hinten rollen. Ich geh hoch. Aber ich weiß nicht ob er komplett tot ist. Ich hab zwar was links in Sachen. Jetzt krieg ich immer schon mal aus der Wand raus. Aber jetzt steck ich zwischen den Container und der Wand. Absolut geil. Warte mal. Er lebt noch glaube ich. Seid ihr in der Halle drinnen? Ja. Einer von uns. Der schießt mich doch sobald ich da reingehe. Da ist er. Das bin ich. An der Halle. Unter dir. Komm. Du gehst gerade rein oder? Ja. Der kommt gleich vorne raus. Der kommt gleich vorne aus dem Ding raus. Der ist hier noch hinten drin. Kommt ihr hier mit die Treppen hoch? Der bewegt sich. Er bewegt sich. Er ist immer noch in dem Container. Ist jetzt irgendwer von euch hochgekommen hier mit auf diesen? Ich bin oben auf der Plattform. Okay. Der ist oben direkt um die Tür durchgeguckt. Der steht in dem Gang drin. Äh. Bei mir ist er nicht im Gang. Der Jack hat ja immer umrecht. Der Jack und Neil stemmen gerade. Der schießt durch die Wand. Das ist komplett. Da hat er recht. Ja der ist aber im Raum glaube ich. Das ist auch nur Presspappe. Da kannst du mit einer MP und einer AKPP locker durchfahren. Habt ihr da ne Nade schon reingeschlissen? Ja hab ich schon. Vielleicht ist er auch tot. Oder hast du ihn danach noch gesehen? Er hat gerade geturnt. Geht einer von euch rein oder? Guckt durchs Fenster. Ne. Warum wird es denn jetzt so dunkel? In dem Raum sehe ich gar nichts. Vielleicht sitzt er hinter der Tür. Ich baller mal durch die Tür. Okay. Wir sind zu dritt. Wartet mal. Ich geh durch da jetzt. Habe ich noch Uni drin? Ich muss die Schüsse unterhalten. Jetzt zu Worten gar nicht. Geht euch da jetzt. 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 Kein versuchte euch da ab. Kein tschle nós führts. Geht euchs auf mal hinterern zu kommen. Ich bin відomater 그래서. abwechslung ist er immer noch am Leben? ja ich bin wohl mit Full Body Armor ne ich hab ihn ok Gott Junge Junge Nice